Hi, du wundervolle Seele. Hey, hey, hey. Du bist ja immer noch wach. Es ist super spät. Was ist denn los? Du kannst nicht einschlafen. Okay, verstehe. Ja. Ja, lass mich raten. Dein Körper ist müde. Aber dein Kopf will nicht loslassen. Ja. Okay. Mach dir keine Sorgen. Ich bin da, okay? Ich bin jetzt da. Ich helfe dir. Ich werde dir helfen. Loszulassen. Zu entspannen. Und wirklich, wirklich müde zu werden. Und im besten Fall einzuschlafen. Okay. Ja. Okay. Es ist wichtig, dass du jetzt auf das hörst, was ich dir sage. Okay. Ja. Gut. Sehr gut. Ich möchte, dass du jetzt einmal einen tiefen Atemzug nimmst, okay? Leg dich bitte ganz entspannt hin. Ja. Ganz entspannt. Und jetzt versuchst du mal deine Schultern aufzulockern. Ja. Locker deine Schultern auf. Schau mal, dass die Spannung aus deinen Schultern weicht. Lass alles los. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt versuchst du einmal all die Gedanken, all die Gedanken, die da sind, ja. Lass sie vorbeiziehen. Wie Wolken, wie Wolken, wie Wolken am Horizont. Lass sie einfach vorbeiziehen. Ein Gedanke kommt und du lässt ihn gehen. Der nächste Gedanke kommt. Du lässt ihn gehen. Mach das. Immer so weiter und weiter. Und versuch ganz im Her und Jetzt zu sein. Und alles loszulassen. Nichts ist jetzt gerade noch wichtig. Nichts. Röche. Nur noch den Geräuschen, die ich mache. Und lass alle Gedanken los. Lass alles gehen. Bleib hier im Jetzt. Jetzt ist nichts wichtig. Außer, dass es dir gut geht. Du kannst heute Abend nichts mehr regeln. Du kannst heute Abend nichts mehr lösen. Und weißt du was? Das ist vollkommen okay. Das ist völlig fein. Du darfst jetzt einfach im Moment sein. Und alle Gedanken beiseite schieben. Und ganz bei dir sein. Bei deiner Atmung. und bei den Geräuschen, die ich mache. dass viele denken, bringt dich nicht weiter. Nicht heute. Und nicht morgen. Alles wird sich regeln. Alles wird sich lösen. Es wird alles gut. Alles wird gut. Vertraue dir. Und vertraue dem Leben. das sich alles fügen wird. Okay? Das Leben ist dazu da, um es im Hier und Jetzt zu erfahren und zu gestalten. um dich ein bisschen wegzuholen von all diesen negativen Gedanken und ein bisschen zu üben im Hier und Jetzt zu sein. Konzentrierst du dich bitte auf dieses Kerzenlicht hier. Auf diese Flamme. Schau auf diese Flamme. Okay? Konzentrier dich nur auf die Flamme. Sehr gut. Machst du das. Schau nicht weg. Lass dich nicht ablenken von deinen Gedanken. Bleib hier hier bei dem Kerzenschein und schau wie die Flamme lodert. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. und um das Ganze noch weiter zu üben in mir und jetzt zu sein und dich auf das zu konzentrieren was da ist. Möchte ich dir gerne meine Stifte zeigen. Konzentrier dich auf diese Stifte schau sie dir an. Schau dir diese vielen verschiedenen Farben an und lausche den Geräuschen die die Stifte von sich geben. Und jetzt schau dir diese Stifte sind andere Farben. Aber sie machen genauso schöne Geräusche. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt schau bitte auf diese Glaskugeln und lausche den Wassergeräuschen. Hör auf diese Blubber Blubber Blah, bluh, 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 bluh bluh, blunt Konzentrier dich und bleib hier bei mir. Lass dich nicht von deinen Gedanken davontragen. Bleib hier bei mir. Sehr gut, du machst das hervorragend. Bleib hier. Geh nicht weg. Schau dir diese beiden Handschuhe an. Du siehst deinen schwarzen Handschuh und deinen rosa Handschuh. Ich möchte, dass du dich jetzt auf den schwarzen Handschuh fokussierst. Ja, konzentrier dich nur auf den schwarzen Handschuh. Folge dem schwarzen Handschuh. Bleib bei den schwarzen Handschuhen. Und jetzt schaust du auf den rosanen Handschuh. Okay. Nicht mehr auf schwarz. Nicht mehr auf schwarz schauen, sondern auf rosa. Konzentrier dich auf den rosa Handschuh. Schau weiter hin auf rosa. So, sehr gut. Prima hast du das gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Ich sehe, du bist schon ganz müde geworden. Und jetzt werde ich die letzten negativen Gedanken, die noch da sind, von dir wegholen. Okay. Yeah. Pluck. 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 Snip. 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 Pluck. 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 Snip. 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 Pluck Snip Pluck Snip Snip Pluck Pluck Snip 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 Pluck 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 Snip 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 Ich hoffe, dass du jetzt all deine Gedanken hast loslassen können und du ganz entspannt bist, ganz relaxed. Und wann immer du das Gefühl hast, dass du nicht schlafen kannst, weil dich deine Gedanken wachhalten. Und weil du ständig wieder neue Gedanken denken musst, dann komm hierher und schau dir dieses Video an. Und lass alles los. Und lass alles los. Ich helfe dir dabei, alles loszulassen. Und ich bin immer für dich da, wenn du nicht schlafen kannst, okay? Ja, ich bin da. Du findest mich genau hier, okay? Und jetzt schließe deine Augen. Schließe deine Augen. Schließe, schließe, schließe deine Augen. Schließe dein leiden und schläf gut Schlafen gut Schlafen Schlafen gut Schlafen gut Schlafen in der Schlafen gut Schlafen gut Bis zum nächsten Mal.